Hi zusammen, ich bin Anna und willkommen zum unboxing. Meine Hantel ist angekommen, meine beiden Hantel. Im Set enthalten sind hier zwei von diesen Stangen. Guck mal wie lang die sind, cool. Da kann man ordentlich Gewicht drauf tun. Ich freue mich. Man packt das erstmal aus. Verschiedene Scheiben, die steht drauf, wie viele da drin sind. Hier sind 0,75 kg aus Plastik übrigens, damit das halt nicht so komische Geräusche macht. Ich mag das nicht aus Metall, also gerade wenn man zusammen hat. 1,25 kg Scheiben und sind sogar, ja das ist auch 0,75, ich dachte das wäre noch eine Größe. Ähm, nochmal. 1,25 kg. Das ist ein Bluster. 2,5 kg Scheiben sind da auch noch. Boah, das ist echt viel. 2,5 kg Scheiben. Ich glaub das ist doch nur eine Hantel. Ich weiß nicht ob die beiden schon da sind. Ich sehe nämlich noch eine Stange. Das ist irgendwie nur eine Hantel drin. Hier ist auch 2,5 kg. Ja. Also ich hab zwei Hanteln bestellt. Ist aber nur eine. Ich glaub die andere ist noch unten. Ich muss gleich mal gucken. Ähm, ja. Das war alles da drin. Hier sind die, ja die Schrauben. Ich kann das dann so zusammenbauen. Könnt ihr mal jeweils 2,5 kg drauf tun. Dann mal festschrauben. Ich mach das mal für euch und testen die jetzt einmal. Live aus. Voll cool. Hier. Und 1. Fühlt sich cool an. Gewillt sich halt so ein bisschen. Musst es vielleicht ein bisschen besser machen. Aber ich mags. Like it. Wir können ja mal kurz sehen wie viele da drauf sind. Das sind 5 kg. Das hier sind auch noch 5 kg. 1,25 sind 3. Das sind die 15 kg Hantel. Ich kann die 15 kg Hantel noch nicht so benutzen. Ich hab zu wenig Kraft. Ich guck mal ob die andere Hantel da unten bringen muss. Ich hab nicht noch eine 10 kg Hantel von der gleichen Firma bestellt. Oder sie kommt jetzt später. Aber eine Hantel ist schon mal angekommen. Schon mal gut. Die andere ist halt genauso. Ich würde sagen bis zum nächsten Video. Eure andere haut rein. Ciao. So. So.